Spam-Pursie, oder kurz Spam-O-Sie. Täglich erhalten wir sie und nehmen sie nicht wahr, diese kleinen Meisterwerke der Sprachkunst, welche uns oft zu Tränen rühren, nachdenklich stimmen, die unsere Fantasie fordern. Doch statt diese Momente der Einkehr dankbar zur Kenntnis zu nehmen, werfen wir sie achtlos in sogenannte Spam-O-Orner oder markieren sie als digitalen Junk. Wir missachten ihre Schönheit. Michael Hoffmann lautet das Pseudonym eines Künstlers, dessen Spam-Werk vermutlich nur wenige von uns zur Kenntnis genommen haben. Ein Werk, das es aber wert ist, nicht dem Vergessenen heimzufallen. Es trägt den Titel Kreditangebot. Ich biete Pret-On. Bei der Bank abgelehnt, weil ihr Kredit nicht erfüllt ihre Standards. Kennen sie den eigenen vier Wände träumen, aber sie sind eine Hypothek, weil ein Mangel an Kredit verweigert? Ihr Business. Im vergangenen Jahr verbessert haben. Sie brauchen Geld, um ihr Geschäft zu wachsen? Egal, ob sie hatten verspätete Zahlungen erklärbar, Überschuldung, Scheidung oder Verlust des Arbeitsplatzes oder anderen? Vielleicht haben sie eine zweite Chance auf die jeweilige Gutschrift. Wir sind bereit, Ihnen Darlehen zwischen insbesondere zu einem reduzierten Zinssatz. Das Darlehen ist 1.500 bis 450.000. Für weitere Informationen, Neschite, nicht zu uns kontaktieren. Michael Hoffmann Kreditangebot und ein – 2.500 bis 45 Prozent 2.500 bis 45 Prozent 50 Prozent Dienlich 2.500 bis 45 Prozent bis 45 Prozent 15 Prozent 50 Prozent Aus .